So was geht Leute, mein Name ist Rote Danny B-B-Bernitsch, willkommen zu einem neuen Video von mir und Solution, sag mal hallo. Hallo. Wir wollen, beziehungsweise Solution will hier eine Revanche. Wer dieses ganz knappe Sniper 1 gegen 1 nicht gesehen hat, der sollte es sich reinziehen. Niggazin ist in der Beschreibung und wir, also Solution will heute eine Revanche haben. Dieses Mal allerdings nicht mit der Sniper, sondern mit der Farmers. Ich guck kurz mal, ob ich alles richtig eingestellt habe. Farmers, nur mit der Farmers, okay? Genau, Farmers, ja. Okay, nur mit der Farmers, gut. Mit Feuerkraft auch, ne? Genau, Feuer. Was ist, wenn die leer ist? Ich hab aber zweifach eine Raphicker dabei. Die darf man nicht benutzen, nur Farmers. Also es soll wirklich nur ein Farmers-Battle werden, wer das bessere Aim quasi hat. Auf welcher Empfindigkeit spielst du? Ich glaub, ich hab's eben auf 6 gestellt. Okay, ich werde auf 3 spielen. Auf 3? Ja, mit der Farmers spiel ich immer auf 3. Oder höchstens auf 4. Dann mach ich auch auf 4. Ja, okay, dann bleib ich auch auf 4. Okay. Also das letzte Spiel war ja richtig krank, Alter. Das soll auf jeden Fall... Oh mein Gott, ich bin doch gerade... Ach, ich hab noch meine Dings da umgeändert. Oh mein Gott, okay, das ist jetzt... behindert für mich, glaub ich. Ich glaub, ich werd keinen einzigen Kill bekommen. Doch, jetzt schon. Jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Wo bist du? Ja! Fuck! Ich hab dich durch die Wand bekommen. Ja! Scheiße, Digga! Jetzt geht's um... Oh Gott! Nein, ich wusste, dass ich sterben werde. Ich hab dich einen von Drohne geholt. Was? Einen von Drohne hab ich dir geholt. Fuck! Das war früher Standard. Oder entweder hat man früher Farmers gespielt, Sniper oder AK-47, Alter. Oder Skar oder sowas. Ja, 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 ja. Nice! Ich liebe deine Reaktion. Oh mein Gott, von hinten. Ach, das ist so... Ich erschrecke mich immer so. Weil ich dich nie erwarte, so wirklich. Oh mein Gott. Ja, sag ich mir auch immer. Wie, ist er ausgelegt, Mann. Ja, das nervt so. Ich hasse das mit... Nein! Ich hab dich sogar noch gesehen, aber ich hab nicht die Zeit gehabt, um auf dich zu zielen. Nein! Oh, ich wusste... Immer, wenn ich einmal verfehle, dann weiß ich immer, du könntest... Pille! Ups. Du Pichser, Junge. Okay, wir müssen nochmal starten. Ich starte nochmal, ja. Ja, musst du nicht, Digga. Fast schon. Nein, Digga. Du darfst mich einmal töten jetzt. Okay, okay. Wo bist du? Okay, jetzt hab ich wieder die Pille. Oh, nee, hab ich nicht. Ich hab halt einfach nicht so oft sterben hinterher lachen. Das ist das Problem. Okay, aber eigentlich ist es ja jetzt gerecht, weil ich hab dich ja auch einmal. Killen lassen mich, weißt du? Naja, klar, nochmal. Mein Aim ist so schlecht, Alter. Mein Aim ist so schlecht. Nein, oh, da hoch zu gehen ist nie so eine gute Idee, finde ich. Ja, kommt halt auf jeden Spawn an, wo du den Gegner tötest. Ja, stimmt. Du hast immer recht. Scheiße, Digga, das ist wieder so knapp. Was soll das? Richtig krass, finde ich das, Alter. Okay, komm. Das ist der berühmte Host-Vorteil. Nein, ernsthaft. Ja, ja, der war ein Joke. Ich glaube, zu zweit gibt es wirklich nur ein... Es gibt schon einen Vorteil, denke ich. Ach, Quatsch, Digga, das war ein Joke. Alles cool. Alles easy. Digga, ich... Ich hasse das, Alter, ging nicht so spielen. Du kannst meine Schütte nicht hören. Ich hab mir... Oh, mein Gott, fuck. Ja, du, aber meine Schütte, weißt du? Hast du die auch Ninja dabei? Nein. Oh, die Hand. Aber du bewegst dich dafür, ehrlich. Ja. Digga, du bist drei Kills vorne. Nein! Ich wusste, dass du da sein wirst. Aber du wusstest auch, dass ich da sein werde. Naja, sicher. Komm her. Ich hab ne Aufklärungszone, aber die aktiviere ich nicht. Ich darf nicht so oft sterben, sonst hab ich die Pille. Weißt du was, wenn ich die Pille habe, sag ich dir einfach Bescheid. Ich hab Nuke. Echt? Ja, den bekommst du auch gegen mich. Hast du schon jemals ein 1 gegen 1 gewonnen und das gleiche ist zu 0? Nein, Quatsch, Alter. So schlecht war da, glaub ich, noch niemand. Da müsste ich schon gegen Krieger oder so spielen. Nein, Spaß. Schöne Grüße an den Krieger. Oh, mein... Oh, Alter. Oh, was? Na, komm her. Ja, du hörst mich. Aha. Ich hasse das, hör auf mich. Alter, jemanden. Oh, mein Gott. Woher geiert? Immer wenn ich mich erschrecke, ne? Dann hab ich auf einmal so ne übelste Reaktionszeit. Alles nur, wenn ich mich erschrecke. So richtig übel. Okay. Das berühmte Auto. Kennst du das? Nein. Ich hasse, ich muss mich die ganze Zeit geduckt gehen. Da freust du dich doch drüber. Nein. Hast du Schaden bekommen, ja, ne? Nein. Echt nicht? Ne, nicht ein Hit. Kein Schaden. Soundtouren ist so geil, Digga. Ja, ich kann nicht Soundtouren, das ist so unfair. Ja gut, ich hab auch die Pille dabei, aber egal. Du hättest vielleicht doch mal einen anderen Account nehmen sollen. Ja, hätt ich. Hätt ich. Fuck. Mach mal den Sandy Ravage Sound rein, Digga. Natürlich, ich hab kaum ein Leben mehr, Digga. Du lügst, ey. Ja, Digga, wirklich. Jetzt hab ich wieder geheilt, aber. Digga, ich bin so gruselig, Alter. Ich bin hinter dir, ne? Oh mein Gott. Ich hab vielleicht niemanden gegen Solution zu spielen. Ich mach einfach mal. Nein, das kann nicht sein. Wie gewinnst du diese Battles? Hä, wo bist du? Wo bist du? Ich hab dich schießen hören. Wo bist du, Alter? Du bist wieder so ausgeglichen, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh yeah. Ausgeglichen, sagst du? Nicht mal etwas. Nein, 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 nein. Wie hinter dem Auto erstmal geiert? Nein, oh Gott, diese scheiß Spawn. Da darf man nie lang sein. Fuck. Headshot. Vor allem. Du hörst mich, das nervt mich so, Alter. Okay, wo bist du? Wie ein Geier bin ich gerade. Wie ein Geier. Mich auch. Ich hasse diese Battles gegen dich. Das ist unmöglich. Eigentlich müsstest du ja besser sein als ich. Eigentlich. Bin ich ja auch. Das ist nur hier die 200. Aufnahme, weil die ganzen anderen Dinger verloren hat. Ich wollte ja nicht hochladen. Ich habe schon direkt in den nächsten Spawnpunkt geballert. Fuck. Verlieren diesen Kampf. Oh, aim. Oh mein Gott, wie hast du? Wo hast du? Ach, nee. Ich habe keine Ahnung, wo du... Ich habe die Pille. Die Pille. Komm her. Ja, okay. Nein, los, Ligger. Ja, ich komme her. Headshot. Fuck. Oh mein Gott, okay. Komm schon. Das muss ich jetzt aber echt gewinnen, ey. Also, wenn du das nicht gewinnst, dann ist es schon ziemlich schlecht. Oh mein Gott. Ja, ich habe das zu seinem Zeit gesagt. Nein, ich habe es ausgesprochen. Nein. Nein. Habe ich gegeiert, Digga. Habe ich gegeiert. Wo bist du, Digga? Scheiße, Digga. Ey, wo bist du? Ich muss geduckt gehen. Nein. Ich wusste es. Dieser Spot ist so deiner. Habe ich so das Gefühl, so. Nein, das ist mein Spot. Okay. Okay. Wo bist du? Oh mein Gott. Scheiße. Okay, zwei Kills. Nein, einer. Oh nein. Ein Kill. Das ist immer kritisch, Digga. Ich werde dich kritisch für dich. Ich werde dich schon wieder verlieren. Wenn du jetzt gewinnst, dann habe ich keine Ahnung, ey. Dann bin ich richtig sauer. Du campst die ganze Zeit irgendwo rum, habe ich das Gefühl. Nein, du hörst meine Schritte doch noch nicht. Fuck. Du kennst dich schon irgendwo rum, Alter. Digga, bist du ein Camper, Junge. Ja, ich muss. Du hörst meine Schritte. Alter, bist du ein Camper, Junge. Oh mein Gott. Boah, wo bist du bitte? Ich weiß nicht, wo du bist. Du bist in der Mitte. Glaubst du? Ja. Nee, bin ich nicht. Es nicht? Nein. Siehst du mich irgendwie oder sowas? Könnte sein. Ich sehe, wie du in der Ecke sitzt die ganze Zeit. Ja, klar. Du bewegst dich einfach keinen Meter. Noch schon seit fünf Minuten oder so. Nein, Digga. Ich bewege mich schon. Die ganze Zeit. Nach 30 Sekunden aus der Zeit. Du musst dich bewegen. Scheiße, Digga. Oh nein, oh nein. Dieser Druck. Dieser. Nein. Aufklärungsdrohne Einsatzbereit. Alter, ich schaue, ich drehe durch. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will den Rücken abbrechen. Neue Aufnahme. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, mich zu bewegen. Scheiße, Digga. Alter. Oh Gott. Ey, das kann nicht wahr sein. Das nervt mich jetzt. Oh Gott. Ich hätte mich bewegen müssen. Aber wer weiß, wie ich dann ausgegangen wäre. Weißt du? Das ist so komisch. Alter, Finne, ey. Alter. Boah. Alter. Okay. Ich wüsste... Ach, verdammt. Wollen wir im nächsten Part ein entscheidendes Ding noch machen? Ja, ein entscheidendes Ding, ja. Lass einen... Aber mit welcher Waffe dann? Keine Ahnung. Lass mal nicht mit der Farmer. Auch nicht mit der Sniper dieses Mal. Okay. Lass mal mit... Ne, Schlupfen finde ich. Das ist zu viel Glück, finde ich. Mit was kann man... Ska könnten wir machen. Oder M16 könnten wir vielleicht machen. M16 ist ja eigentlich genauso wie die Farmers, oder? Jo, eigentlich schon. Okay, danke fürs zu Ende schauen bei diesem Part von dem 1G1-Ging-Solution. Wer den letzten Verpasst hat, link in der Beschreibung, genau wie der Link zum Solutions-Kanal. Herzlichen Dank fürs zu Ende schauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, klickt den Daumen nach oben. Button. Und dann sehen wir euch im nächsten Video wieder. Haut da rein. Tschüssi. Ciao, ciao.